Als linkes Rheinufer wird allgemein das eurographisch links des Rheins angrenzende Gebiet bezeichnet. Im Besonderen wird diese Bezeichnung für jenes Gebiet im Westen Deutschlands verwendet, das von Frankreich im Ersten Koalitionskrieg erobert und annektiert worden war. Da der Versuch zur Schaffung einer Cisahenianischen Republik scheiterte, wurden die linksrheinischen Gebiete nach französischem Vorbild in Departements reorganisiert. Nach dem Sieg der Alliierten über Napoleon 1814 wurden diese Gebiete vom Zentralverwaltungsdepartement provisorisch verwaltet. Aus einem Teil des Territoriums wurden 1816 der Bayerische Rheinkreis und die hessische Provinz Rheinhessen gebildet. Die nördlich davon liegenden Gebiete kamen zu Preußen und gehörten zunächst den beiden Provinzen Jülich-Kleweberg und Großherzogtum Niederrhein an. Aus denen 1822 die Rheinprovinz entstand. Die südlich gelegenen linksrheinischen Gebiete, die bereits im 17. und 18. Jahrhundert an Frankreich gefallen waren, kamen hingegen erst 1871 als Reichsland Elsass-Lothringen wieder unter deutsche Verwaltung. Verwaltungsstruktur Im Spätherbst 1794 hatten französische Revolutionstruppen das linke Rheinufer besetzt. Im Mai 1796 wurde das Gebiet in zwei Generaldirektionen eingeteilt. Die Generaldirektion zu Koblenz wurde zuständig für die Länder zwischen Mars und Mosel. Einschließlich des Kurfürstentums Trier auf beiden Ufern der Mosel, die zu Aachen für die Länder zwischen Rhein und Mars. Die Annexion wurde im Frieden von Campo Formio vorbereitet und im Frieden von Luneville völkerrechtlich anerkannt. 1798 wurde die Verwaltung des Gebiets nach französischem Vorbild reorganisiert, es wurden vier Departements gebildet. Das Direktorium beauftragte den Elsässer Franz-Joseph Rudler mit dieser Aufgabe und ernannte ihn zum Generalregierungskommissar aller eroberten Länder zwischen Mars und Rhein und Rhein und Mosel. Rudler war zuvor Richter am Kassationshof in Paris. Seine Einteilung in vier Departements behielt bis zum Ende der Franzosenzeit und teilweise darüber hinaus bestand. Ein Gebiet in der Südpfalz wurde dem Departement BAS Rhein zugeschlagen. Die Gerichtsorganisation wurde den Verwaltungsstrukturen angepasst. Siehe Gerichtsorganisation des linken Rhein-Ufers. Politische Veränderungen Neben der Zentralisierung der Verwaltung nach französischem Vorbild wurden auch die übrigen in Frankreich geltenden Gesetze eingeführt. Dazu gehörte die Aufhebung aller ständischen Privilegien, die Herstellung der bürgerlichen Gleichheit, die Etablierung einer neuen Gerichtsordnung und die Einführung des Go-Zivil. Der geistliche Besitz wurde säkularisiert. Damit verbunden war eine fundamentale Umschichtung der gesamten Besitz- und Vermögensverhältnisse. Rechtliche Grundlage dieser Enteignung war eine französische Verordnung, der Konsularbeschluss vom 9. Juni 1802. Davon profitierte in erster Linie das Bürgertum. Weniger erfolgreich war der Bereich der Bildungspolitik. Anstatt einer Reform der Universitäten setzte die französische Verwaltung auf die Etablierung von spezialisierten Fachschulen. Kritik kam von kirchlich beeinflussten Kreisen, aber zur Zeit Napoleons auch von ehemaligen deutschen Jakobinern. Während die einen die Verwältlichung beklagten, kritisierten die anderen die Unterdrückung der Freiheit. Ein Beispiel für einen dieser Kritiker ist der ehemalige Mönch Franz Theodor Bierganz. Er agierte nach seiner Abkehr vom klösterlichen Leben im Kloster Schwarzenbruch als Jakobiner in Köln, wo er als Anhänger der französischen Revolutions ideale Kirche und Feudalherren deutlich kritisierte. In der gesamten Bevölkerung war der Unmut über die Militärdienstpflicht weit verbreitet. Sprachliche Relikte der Franzosenzeit In der französischen Zeit flossen viele französische Dialektwörter mit in die Umgangssprache ein, wie Plümo, Philo, Moni, Drotte war. In Koblenz entstand der Begriff Schengel, der sich vom französischen Vornamen Jean ableitete und die von den Franzosen abstammenden Kinder deutscher Mütter bezeichnete. Siehe auch Hanseatische Departements Begriff Schengel, der sich vom Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-